ein herzliches willkommen bei blacktree gaming heute wahlheim mit dabei film und junio aber jetzt nicht lange quatschen hier los geht's lilan schmacken noch einen knochen im nacken den nacken knacken lassen knacken alles bebt der bubble war sich so zusammen ach du weil die pfeile bringt gar nix pfeile bringt gar nix oder brennt noch kleine noch ich sehe nicht mehr so alles grün hier passt auf vor sein gift schloppern ich habe gerade ordentlich ein paar verpasst 2 kann man jemand googeln was man dagegen macht wie macht man ein schleimknödel kaputt knochenwands schleimbeutel verklöpfen fuck ey stirbst du wenigstens von alleine kerli wir haben genug zu tun mit den kleinen kurz weg ich habe ich habe gerade ein paar also du kannst hinstehen er vergiftet ich zwar aber dann muss halt einfach weg zum dich erholen zurückziehen ich habe ein bisschen weg von deinem dings mit dem pfeil machst du halt echt fast gar nix ich habe die idee soll einer kümmert sich um die kleinen die anderen würde ich sagen und den großen das ist schwierig junior wir müssen uns verteilen glaube ich und dann ihn in den rücken fallen sein dass er sich heilt ich glaube nicht wir rücken jetzt vor fände ich ganz nett ich bin tot ich habe gerade eine backpfeife gekriegt bad benzer backpfeife ja eindeutig da war das bad benzer grün ich komme gleich ich bin mal kurz weg naja ich gehe mal kurz in deckung ein bisschen ich erhole kotzt er auch noch ja die floppy ist dann die flacke hält nicht auf ich habe noch acht lebenspunkte 11 grad ich habe 32 oder linker blogger wenn der mich vergiftet hat ist um mich geschehen ich komme da ist ein würmer im wasser achtung skeleton achim fast tot achtung hier sind würmer im wasser oder dicke guck der bad scheiße ich habe wie viele menschen gekillt haben okay bei mir wird jetzt von seiner lebensanzeige angezeigt giftet ich habe so das gefühl ist noch nicht so weit sind wir da im kampf drin kommt wieder her ja muschis ja wir haben bald nichts mehr zu futtern unsere waffen tun nichts zu futtern haben wir echt genug daheim nee so viele sind wir da ja doch marmelade und karottensuppe zu futtern hä wo bin ich da hinten hinten jetzt ist da auch noch ein wurm plopp oh gott oh scheiße der heilt sich selber leute echt alter wie soll ich das alleine schaffen bitte nur wenn du volle keine hausgibst ne alles mit eisen soll ja habt ihr mal wieder lust herzukommen ja ich komm meister auch noch mit schleim klumpen der macht der kotzt die dinger und dann äh um die kleinen jetzt ist schon bald wieder gleich gesund und ich bin vergiftet und das ist mein ende ich habe es mit einem lebenspunkt habe ich es überlebt ich sehe den riesen typ auch mal ein stein und mein stein irgendwo da nein ach da hab ich jetzt nicht sie hat mich gesehen gleich wieder gesund na jetzt? bei dir? bei mir schon nicht ich habe noch 10 auch noch 10 ich bin noch ein bisschen ich bin noch ein bisschen äh Leute ich habe eine Tür bereit wenn ihr braucht ja ja ne ich habe keinen noch nein ich sehe ihn also außer ablenken wir haben eine stelle mit äh mit ein feuer probiert sie mal mit dem hirsch zertrümmer rafael und gift nie vergessen mädels der hat auch gerade gegeben keine chance vergieß es wir machen die keinem schaden also jetzt hat er gerade einiges an schaden gekriegt ich weiß nicht hast du den hirsch zertrümmerer angesetzt oder war ich habe die kleinheit von der transat immer was jetzt mit ihm war habe jetzt nicht gesehen also er hat jetzt guten zentimeter hat er weggekriegt in unserem haus in unserem haus nicht in unserem haus in unserer base ich renne ja das haus und guck und guck immer ein paar junior sehr schön naja weg ich würde mal wieder rüber teleportieren ich guck gerade was nein meine bitte ich guck ich guck ich guck er hat wieder volle energie also der dinghammer da tut dem kleinen auf jeden fall richtig schaden dann macht er im großen auch aber ich muss halt irgendwie besser an den rankommen ich warum jetzt auch gerade ein film da können wir zu zweit junior soll ich dir auch einbauen ich habe in meinem in meinem grabstein aber ich bin gerade noch daheim in einem handklatsch hat er mich weg problem ist dass der schlag hat für den wahnsinnig viel energie braucht möglichkeit zum weg rennen weil er sind die energie schon wieder weg also ich habe meinen jetzt auch gerade aufgewertet stehen mit mir ja das dauert als 23 sekunden dann geht's aber auch kein bad mehr kannst du nur schnell rasiert junior ich hätte hier den zweiten hammer näher mich grad hier hinten muss mich ausruhen kommst du her ich glaube mit dem großen im gepäck jetzt hast du auch den großen hämmerle muss irgendwie erst zu meinem grabstein kommen ich glaube er hat sich gesehen ja glaube ich auch also die kleinen haben ich keinen spaß mit dem hirsch zertrümmerer du musst schon rechtzeitig halt schlagen dass die nicht zu nah an der dran sind weil die federn ist ja noch ein bisschen zurück die die ding ich höre es schon schallern aber ich sehe nichts auch gott da kommt zwei tragoers ich glaube durch den bosnisch gibt es portal noch ja ich stecke im portal fest jetzt fangt er auch noch an mit bäume fällen das hat er vorhin schon du jetzt komm ach ich sehe ihn ich bin noch am tor und kann nicht loslaufen also alleine leute ist schwierig ja ich kann nichts machen hier am tor geht nichts äh ich glaube ich muss mich mal auslocken dann lock dich mal aus ich kämpfe gerade mit fünf blobs gleichzeitig ja kannst du mir wünschen zu helfen ja ich komm danke ich habe wieder ein paar zu schnell wächst mir wieder ein paar ich habe nur noch zehn leben und hinter mir ist der große herr super versuch ein bisschen abzulenken junior ich komm ja 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 ich wurde gerade umzingelt von blobs sorry und ich verplombt und so jetzt verplombt junior du bist fast kaputt ich weiß du bist ich weiß das ist ja Wo ist mein gebürteter Stein? Den Stein bist du am Suche? Ich bin rot. Wenn wir alle mal zusammen sind, soll ich mal X-Für machen? Ich habe es jetzt gerade bei mir gemacht. Okay. Oh, ist auch. Sieht ihn jemand? Ja, hinter mir. Direkt hinter mir, falls es genau wie du willst. Hinter mir. Das ist gut, da laufe ich gerade außen rum. Ich habe gerade den von hinten. Jetzt kommt er zu dir, pass auf. Noch der rote Block. Komm her, komm. Guck dir mich gerade an. Ich versuche ihn von dir wegzulocken. Kannst du in den Rücke? Ja, ich bin gerade hier mit Blob beschäftigt. Das ist sowieso der Wahnsinn, wo der die ganzen Blobys herkotzt. Also ich gebe euch mal einen Tipp. Hier ist der Zertrümmerer. Macht die, erwacht für die Kleinen gar nicht. Doch. Doch, die Kleinen. Naja. Da ist der Kolb ja. Beim Rot ist es beim wieder geringer, aber... Noch einmal, noch einmal, noch einmal! Oh, jetzt sind wir da ja zwei Grüne draus. Scheiße. Ich bin schon wieder gleich tot. Ich bin schon wieder tot. Vergieß. Ey, keine Schuld. Der hat nichts abgekriegt. Abgekriegt hat er schon, nur halt... Ja, aber wir kriegen ihn mit den Affen, die wir haben, kriegen wir den nicht kaputt. Wir ballern jetzt gerade nur unsere ganze Ahnungssdinger und alles mögliche ohne Ende. Also, was ist deine Empfehlung? Abhauen. Ich würde sagen, abziehen. Ich wurde gerade noch von zwei Traurer Elite kaputt gemacht. Oh Mann, aber ohne den brauchen wir gar nicht erst in die Berge gehen. Ja, warum nicht? Was kriegen wir von dem, oder was? Eine Wünschelrute. Nur mit der Wünschelrute findest du Eisen- und Silbererzzeug. Aber ja. Männers, dann müssen wir uns halt auf Eisen umrüsten. Das geht jetzt ewig. Und, äh... Ja, wir brauchen viel Eisen für unsere Dreirüstung. Ja. Da müssen wir wieder viel Giftdrank-Hersteller. Verstehe's. Nee, das ist auch nicht. Bitte lass mal jetzt, aber ich. Ja. Brauche ich denn. Also, ja, hat keinen Sinn. Ich hole noch meine Sachen. Ja. Lass mich aber den nicht. Nee, wer bist du so? Boah, liegt der scheiß Schleimhund. Ah, Junior. Und das ist Junior. Hä, wo ist das meins? Das ist da, wo dein Foto steigt. Oh nein. Nein, nicht. Ah, das kennt der auch noch. Rückzug, Männers. Nur, wenn ich meine Sachen hab. Ah, Blobby. Boah. Also, Blobby mit Direkttreffer hab ich sofort mit einem Schlag zerstört und hier ist der Matschach. Wäschlich, wenn man dem jetzt, äh, dem Tor... Oh, nee, kann man ja nicht. Okay. Wir waren auf dem Rückzug. Bin ich grad am Klöpfeln. Fuck, ich bin hier bei einem Bornpunkt von Traugam. Muss mich zurückziehen. Ah, in der Burg da? Ja. Ja. Den Fohlen aus der Sennau-Fahnen vorbeigekommen. War keine gute Idee. Nee, kann ich nicht empfehlen. Weißt du, an was mich die Dinger erinnern, Achim? Hm. Blobby, Wolle. Nee, mich gar nicht. Doch. Kann mich mal einer unterstützen, komm. Ja, so. Ich hab gedacht, du... Oh, oh, Angriff, ja. Mit der Keule? Gehen die Ratzfahrt kaputt? Mit der Keule? Hier ist der Trümmerer, oder? Nee, mir nur noch mal. Brauchen wir vielleicht den Eisenklopfer? Vielleicht auch Eisenpfeile, Pfeilebogen, vielleicht wenn du dir auch was weißt. Hm. Wobei die Feuersteinpfeile haben so wenig gebracht. Jetzt da? Ich bin hinter dir, ja. Ja, und dann läuft der Kopf, ein Trauger. Da ist du eigentlich in Flammen. Phil, du brennst. Habt ihr einen Glückwunsch? Doch. Ich hab einen Trauger mit einem Schuss erledigt in den Kopf. Schade. Leute, hier seht ihr, wie der Phil einfach für dieses Spiel brennt, ohne es zu wissen. Wenn nicht. Ich tropfe nur. Dafür bin ich ja ziemlich feurig unterwegs. Komm, Phil, wir ziehen uns zurück. Oder, Junior, hast du deine Sachen schon? Nee, noch nicht. Ja, jetzt hab ich. Okay, rück zu. Okay, halt, auf geht's. Einer muss noch mit dem Schiff zurückfahren. Ja, kann ich machen. Okay. Holst du da noch das andere Portal? Fürs Abbau. Zwischenportal, das wir da hatten. Ja. Ja, würde ich abbauen. Ja. Du hast noch Eisen in dem Dings drin, gell? In der Box. Wäre toll, wenn du das mitbringst. Eisen in der Box. Also. Junior beamt sich direkt auf mich drauf. Da kommt ihr her. Ah. Dann zoome dich weg. Vielleicht versäust du in dem Wasser. Boah. Na. Na. Ja, dieser Scheiß ist leider dahin gebaut. Ich bin gestorben. Und das Boot fährt gerade weg. Ich sehe es. Alter, nein, das Boot fährt weg. Ja, aber Folge hast du. Ja, ich war ja gerade beim Wegfahren und der Scheiß-Blobby hat mich gerade angegriffen. Oh Gott, ich bin wieder mitten rausgekommen. Ich block mich gleich wieder raus. Das hat keinen Wert. Da ist ein bisschen noch ein Buggy, ne? Okay, gut. Only access game. Ja, natürlich. Ich darf auch nicht meckern. Ich versuche es. Oh fuck, das wird knapp zum Boot. Und vom Wurm verfolgt. Und der ist deutlich schneller als ich. Rein theoretisch müsste das Boot um die Bucht da werden irgendwie reinkurven. Das ist voll Segel gesetzt. Ja, voll der Kanüle. Ich hab's. Ah Gott. Ui. Mir fehlen so einiges in der Halle. Soll ich kommen, ja? Ich bin jetzt mit dem Boot schon unterwegs. Oh oh. Aber du musst halt dein Zeug noch holen. Portal ist nicht verbunden. Was? Nein. Ich werd mit dir, der hat's drauf rumgeschäppert. Soll ich hinfahren? Ja, guck mal bitte, weil mein ganzes Zeug liegt da. Müssen Sie mal gucken. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Kein Problem. Hab Zeit. Soll ich dein Zeugs aufnehmen? Achso, kannst du auch machen, ja. Ja, wenn du Platz hast, alles aufzunehmen, hast du auch einiges. Oder musst du halt dein Zeug in deine Küche und ins Boot schmeißen oder so, oder? Ich bin grad dran, warum das Boot nicht sinkt. Ach, Alter, Alter. Ja. Ja, was warst du? Verzweifeln. Äh, krachen Aaron. Kein Grund. Sachen dabei gehabt? Ja. Warum? Ja. Also. Ich hab mich nur noch nicht angezogen und so. Äh. Alter. Okay, der Wandbäder ist weg. Na gut. Alter, der hat alles zerschempern. Der hat echt alles zerschempern, ja. Die Teile rum, kannst du wieder aufbauen. Ah, er kommt grad wieder. Ich hau ab, sorry. Ich hab dein Zeugs immer noch nicht. Aber ich hab jetzt kein... Oh, der spuckt schon wieder Gift, die Drecks auch. Was ist das, was mir grad aufgefallen ist? Nein. Die Nächsten, die möchten nicht in unser Gebäude rein. Was, die möchten nicht? Nein. So richtig so. Fuck, er adakiert nicht aufm Schiff. Oh, leck. Ich hab grad so überlebt, würd ich sagen, ne? Ich leute. Aber meinst du gar schon nicht? Negativ, mein Freund. Portal vielleicht erst mal noch an einer anderen Stelle aufbauen? Ich geh mal ein Jagen. Ich geh mal ein Jagen. Alter, der schwimmt halt durchs Wasser hinter mir her. Ja, super. Das, wenn man Pech ankommt, kommt der irgendwann mal hier an. Dann müssen wir einen Wohl- oder Übel abergieren. Ja, das ist aber ein Riesenproblem. Ich fahr jetzt mal ein Stück aufs See raus. In der Hoffnung, dass er sich einfach umdreht. Weil er keine Lust mehr hat. Ich fahr jetzt mal ein Stück aufs See raus. Ja, Leute. Wir machen jetzt erstmal hier nicht bald. Ist ja die Frage. Danke fürs Zugucken, für diese Matscherei Mal ein Fighter in die Hose ging Mal Hat man nicht immer Bisher haben wir die Bosse ja besiegt beim ersten Singen Den jetzt hatte ich Hat nicht geklappt Also das Like nicht vergessen Gerne kommentieren Und sehr gerne abonnieren Und hier seht ihr jetzt auch gleich noch die Playlist von Achim Die könnt ihr auch noch Mal durchschauen, viel Spaß euch Bis dahin, ciao Tschüss